hi ho und willkommen zurück meine lieben zuschauer zu okami hd der steam version in der letzten aufnahme session haben wir rothelm den bösewicht besiegt und damit wieder hier ordentlich wind gemacht es sieht so aus als würde es dem dorf wieder gut gehen hoffentlich lockt die funktionierende wind wieder ein paar leute an das ist meine chance über geschäftsanzug auf jeden fall habe ich einen guten service zu bieten ja hast du was neues also ja bei ihm könnten wir immer noch die endlose gerechtigkeit kaufen eine waffe aber ansonsten nichts neues wir könnten mit den frauen hier reden aber ich glaube den haben wir schon geredet oder achtung meine grüße große windmühle am wind schreien dreht sich wieder wie wundervoll es ist dass alles wieder normal wird das software wieder voll sein mit leuten den schreien besuchen aber es ist gar nicht wichtig ach du meine güte die göttliche winde wehen auf einmal wieder keine weiteren monster und ich kann die wäsche wieder trocknen lassen vielleicht sind die hunde von fose hier mit das monster im schreitend nicht los geworden auf jeden fall waren wir eigentlich in den häusern schon ist die gute frage also wenn wir drin waren dann haben wir noch nicht genug randalierter drin aber der guten aber terrasse kann man ja nicht böse sein denn erstens ist ja die göttin zweitens ist ja ein wolf und drin ist für spot sowieso alles was wir kaputt machen irgendwann wieder ja und wir brauchen das geld auch wenn eine endmünze jetzt nicht gerade nichts ganz so viel ist okay gut wir haben jetzt viele möglichkeiten wird noch ins gasthaus gehen aber oder dem bär hier sein essen klauen ich glaube auch nicht dass es im gasthaus was neues gibt deswegen geht es jetzt erst einmal nach da oben so die hühner hier hatten wir gefüttert waren wir auch hier drin fertig ja waren wir scheinbar okay ich muss nicht schnell zeichnen ich muss nur sauber zeichnen ein strich dann klappt das wahrscheinlich wäre ich zu schnell zeichnet dann nimmt das doch nicht wirklich an so jetzt wollen wir mal wieder mit dem wind spielen das heißt wir zeichnen den turbo wind in diese richtung und fallen nach unten weil auf die art geht das schlechte ja auf der einen seite muss ich gucken dass ich rüber kommst dank der wind anhält äh nein ich will jetzt nicht dass es dunkel wird deswegen machen wir es wieder schön hell bevor es dunkel werden kann und wir sind drüben hey sie sind hühner zu füttern einmal samen für die hühner wir waren mir jetzt nicht ganz sicher haben wir schon hühnern beim essen zugesehen machen wir es einfach noch mal die zwei minuten können wir auch entspannen ja So, vier Glückspunkte für uns. Eine verstreute Perle. Und, was ist in Tour Nummer zwei? Ein Fragment der Sonne. Yay. Fehlen uns ja nur noch zwei. So, nächste halte Stelle ist wieder der Sch. Wobei, nächste halte Stelle ist erstmal das Haus von Herr Bambus. Oh, unser Kumpel hier ist weg. So, sacken wir hier mal alles sein, was wir finden können. Wir können hier sogar noch Bambus ausgraben, um noch mehr Geld zu kriegen. Ah ja. Hey, dumm, dumm. Hey, Chef, bist du da? Der scheint wohl gerade nicht zu Hause zu sein. Er scheint aber gerne auf jeden Fall Bambus zu kochen. Um zu verarbeiten. So, ich bräuchte nämlich gerade den Bambus-Typen. Der soll mir nämlich helfen, nach Wasser zu graben. Was ist, wenn ich mit dem Mädchen rede? Hallo, kleines Hündchen. Warte mal, was passiert ist. Die Vögel der Windmühle drehen sich wieder. Die Blumen sehen so glücklich aus in der frischen Brise. Ja, schön, aber... Ich dachte eigentlich, ich könnte mit dem Bambus-Typen hier wieder so ein Grabespiel machen, um nach Wasser zu graben. Na gut. Aber der ist leider gerade unerfindbar, der Bambus. Kann ich eigentlich dem seine Gurken runterschneiden? Ja, kann ich und kann sie alle einsacken, wenn das Gurken sind und keine Zucchini. Ein Korb von Herrn Bambus ist einfach unstarkbar. Guck mal, ganz egal, wie viel ich auch reintue, er quält niemals über. Hm, sie sagt, als könntest du seine Handwerkskunst nicht verstehen. Was? Aber ich sage dir, das ist viel besser. Sieh genau hin und du wirst es verstehen. Außer er ist vielleicht doch im Gasthaus. Hm. Gucken wir da nochmal kurz rein. Wenn nicht, dann werde ich ein bisschen über die Taka-Ebene heizen. Was hat sie zu sagen? Es ist unglaublich, die große Wildmühle am Schrein dreht sich wieder. Beide das, dass der gemeine Rothelm endlich tot ist? Erinnere ich mich an den Tim, der behauptet, der sei mit Nagi verwandt. Susan oder so war sein Name. Er war es doch bestimmt nicht, der das getan hat. Nun gut, er hatte auf jeden Fall doch seine Hände mit dem Spiel. Oh, wer bist du? Ich war so dumm zu glauben, dass ich alleine herkommen könnte und... Ach, was soll ich nur tun? Seufzt's. Vielleicht wäre es besser, wenn ich im Kampf falle. Nein, da wäre meine ganze Reise umsonst gewesen. Hey, was ist los mit dir, junge Dame? Hey, du bist doch der Hund, der nicht klopft. Naja, Amaterasu ist manchmal schon ein kleiner, böser Wolf. Aber nur genug davon, ich bin Nisun. Jetzt erzähl mal deine Geschichte, Zuckerschnecke. Ich heiße Haruka, mein Vater wurde von einem Monster ermordet. Ich wurde auf die Reise geschickt, um seinen Tod zu erreichen, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich keine Chance gegen solche schrecklichen Kreaturen habe. Ich habe keinen Schimmer, wie ich jemals meine Rache nehmen soll. Schöner Pechvogel Haruka, sehr wunderschön. Sag, du magst zwar klein sein, aber du reißt einen großen Wolf. Du musst ein furchtloser Krieger sein. Wirst du dich für mich und meinen Gegner kümmern? Hier, da sind Bilder von ihn. Ja, neue gesuchten Liste. Wurstiges Auge, das verachtete, Spinner, der abscheuliche, Todesfinder, widerwärtige, roter Teufel, der verachtete, verfluchte, abstoßende Kiem. Aha. Jedes Monster ist auf die gleiche Art markiert. Du wirst sie in dem Moment erkennen, wo du sie siehst, aber sie sind sehr verschlagen und fragen sich nur nachts heraus. Bitte vollziehe meine Rache diesen Geschöpfen der Nacht. Erhalten Harukas Rache-Liste. Überlass das nun hier, meine Schöne. Der unglaubliche Jesu wird deine Feinde für dich niederstrecken. Vor ein paar Tagen dachte ich, ich hätte einen meiner Feinde gefunden, aber stelle sie nur als ein alter verdrückter Baum heraus. Aber es kam noch schlimmer. Ich rutschte aus, fiel herunter und landete in einem See. Ich glaube, ich sollte diese Rache-Geschichte lieber anderen überlassen. Das scheint mir auch eine gute Idee zu sein. Aha. Ja gut, wenigstens haben wir sie nochmal besucht. Da kommen wir immer noch nicht rein. Okay. Wenn ich auf den Tisch steige, dann mag sie das nicht. Nein, wenn ich über sie drüber springe, dann mag sie das nicht. Okay. Das heißt, wir haben schon wieder eine Rache-Liste. Ups. Also erstmal Logbuch, starkes Gebräu, da sollen wir zu dem Fest. Gesuchtenliste, ja. Harukas Rache-Liste und Mikas Monster-Liste. So wie es aussieht, sind Mikas Monster-Liste. Gegner, die, ähm, also diese Standard-Musiker-Gegner und Harukas Rache-Liste scheinen Fischköpfe zu sein. Oh, Bestiarium. Ah ja, Rothel. Vor 100 Jahren führte dieser Anführer einem Bösen in der Taka-Ebene Krieg gegen die Kräfte des Windschreins. Er rübte sich mit seiner, mit, er rübte sich seiner Langschwerter und seiner Rüstung. Der wahre Körper liegt versteckt unter der Hülle zwischen brennenden Flammen. Um den Körper attackieren zu können, muss die Hülle entfernt oder zerstört werden. Sogar ohne Rüstung ist das Angreifen schwierig wegen der wütenden Flammen. Ein göttlicher Wind kann die Flammen löschen und die wahre Gestalt hervorbringen. Ja. Und Schatzliste, haben wir hier einen neuen. Perle, aufgrund der Reinheit zu dieser Größe. Perle, die aufgrund der Reinheit zu dieser Größe wachsen konnte. Mhm. Ja, ja. Das heißt, wieder hoch zum Schrein. Wahrscheinlich ist Herr Bambus im anderen Dorf. Da kommen wir ja zum Glück auch früh genug hin. Oh, ich hatte hier auch noch nicht gefüttert, okay. Ja, das können wir aber skippen. Oh, mein Achtdruck. Hm. Kann ich hier mit Wind was anfangen? Ich kann nur die Spatzel wegwehen, die ich schon gefüttert habe. Ich weiß gar nicht, war da oben was? Was hast du noch zu sagen? Ah, es ist wunderbar, diese nette Brise wieder zu spüren. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich war, als ich die Windmühle wieder drehte. Wo sie ihm ist unglaublich, wie sie diese Brut von Rotem verjagt hat. Jetzt kann das Dorf kurz auf wieder aufatmen. Ich frage mich, ob ich diese schwimmende Insel am Himmel entdecken kann. Mein Großvater sagt, es gäbe da oben ein Land, dass man die göttliche Ebene nennt. Dort sollen all diese Götter leben. Aber ich weiß nicht, das hört sich alles ein bisschen weit hergeholt an, wenn du mich fragst. Hier habe ich die dicke Mauer zerstört, also den Mauertypen den einen. Ja gut, hier drin war auch nichts mehr. Ich hätte aber schwören können, ich hätte noch über dem Ding noch was gesehen. Ah, Tatsache. So, und wenn wir schon hier oben sind, machen wir mal kurz Nacht. Ah, ne, ich kann hier leider kein weiteres Leuchten entdecken. Also gehe ich mal davon aus, dass hier auch nichts mehr ist. Hier ist aber was. Hey, ein Räuchergefäß. Hm, das da hinten sieht auch schön aus am Himmel. Die habe ich schon gefüttert, das ist alles okay soweit. So, jetzt will ich nur mal gucken, ob ich noch die drei Truhen im See aufsprengen kann, hier drin. Und dann wenigstens scheint sich hier keiner mehr rumzutreiben. So, die da meine ich. Hoppala. Muss ich die vielleicht ganz klein zeichnen? Na, da ist sie auch da. Hier. Ja. Ja. Oh, habe ich das gerade freigesprengt? Ne, da war ich schon. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass das viel zu tief ist. Ja, irgendwie schon. Und aus dem Wasser kriege ich sie leider auch nicht raus. Naja, das Wasser kriege ich da auch nicht weg. So, natürlich nicht. So. Und der Wind bringt mir auch nichts. Okay, der macht nur hier alles aus. Okay, ich gebe es auf. Ich weiß nicht, wie ich an die drei Truhen da reinkommen soll. Das heißt, raus aus der Stadt oder aus dem Dorf. Ich will da nicht wieder rein. Okay. Also, es ist wieder Tag, während wir da drin waren. Auch gut. Ich kann leider keine Abkürzung nehmen. Ich kann leider keine Abkürzung nehmen. Das heißt, ich muss hier runter. Und hier raus. So, jetzt kann ich zum einen hier gleich in der Nähe wieder das Windspiel machen. Und über die Banner drüber.